Luft- und Raumfahrttechnik sollte man studieren, weil es in erster Linie Rocket Science ist. Aber es ist auch wirklich cool, weil es viele Bereiche verbindet, wie Maschinenbau, aber auch Elektronik, Informatik. Es ist von allem etwas dabei und man kann damit komplexe Systeme verstehen, und zwar in einem richtig coolen Anwendungsbereich. Im Weltall oder in der Luft.